so da haben wir den kleinen albert albert hat gerade eine runde geschlafen an der backe da diese macke gehabt es kam aber nicht von außen dicken daraus geholt gepiesackt hat nicht beachtlich wenn man mal so sieht was man eigentlich von dem zahn sieht und was unten drunter alles noch im kiefer steckt schon beachtlich wenn man ganz im staun macht hier vorne im praxisbereich ich auch ganz kaputt dass hier auch alles ganz neu ist dann große auch gleich zurückgehen und noch ein bisschen von dem söndchen genießen und heute habe ich auch wieder richtig schön ja 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 ja